Du interessierst dich für die Technische Analyse? Willst du die Technische Analyse lernen? Bei mir ist es so, ich möchte immer verstehen, warum irgendwas überhaupt funktionieren kann. Wenn das bei dir auch so ist, bleib dran, das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Marc und wir wollen direkt schauen, warum die Technische Analyse überhaupt funktionieren kann bzw. was sind die Mechanismen, was sind die psychologischen Hintergründe, dass es funktionieren kann. Wir gucken uns erstmal an, was sind Beispiele für die Technische Analyse und gehen dann in den psychologischen Hintergrund, warum es funktionieren kann. Du siehst hier als Beispiel ein Chart und hier siehst du die einfachste Form der Technische Analyse. Das sind horizontale Linien. Das heißt, wir schauen uns hier Tiefs an, wir schauen uns hochs an und ziehen von da einfach eine horizontale Linie. Und das Interessante ist, du siehst hier, wenn wir diese Linie rüberziehen, wir wissen also schon, wenn dieses Tief stattgefunden hat, wissen wir schon, dass wenn der Kurs mal irgendwann wieder runterkommt, dass er höchstwahrscheinlich an dieser Linie unten abprallen wird. Und genau das siehst du hier, sogar ziemlich punktgenau. Es geht richtig stark runter, der piekst hier rein, geht wieder hoch, kommt nochmal runter, piekst hier wieder rein und geht dann wieder hoch. Und das Interessante ist, auch hier oben siehst du, wie lange sich der Kurs an dieser waagerechten Linie aufhält. Er geht wieder runter, kommt dann hoch, piekst ziemlich punktgenau hier rein, geht wieder runter, kommt hoch, piekst hier oben punktgenau rein und wird dann wieder abverkauft. Ja, und das ist ja etwas, das kann ja eigentlich nicht so ein Zufall sein. Aber auch wenn wir zum Beispiel in Kapitalmarkttheorie, wenn du so auf langfristige Investoren guckst und da in die Forschung schaust, da sagt man, dass eigentlich alle Informationen bereits eingepreist sind. Das heißt, mit vergangenen Informationen, die ja ein Chart darstellt, könnte man nichts anfangen. Wenn ich mir so ein Beispiel anschaue und du kannst ja einfach selber mal im Chart nachprüfen, dann bin ich anderer Meinung nach. Ich kann es halt auch sagen, weil ich professioneller Händler seit zwölf Jahren bin und auch zum Beispiel Vermögensverwaltung genau diese technischen Analyse einsetze und damit Kundengelder gehandelt worden sind. Wir gucken aber jetzt nochmal ein weiteres Beispiel. Und das sind sogenannte Trendlinien. Trendlinien, die werden wir nicht waagerecht einzeichnen, sondern Trendlinien zeichnet man ein, indem man einen Hoch hier oben nimmt und dann das nächste Hoch, was in einem Abwärtstrend entstanden ist, für die richtige Bestimmung eines Trends, Trendtheorie, einmal hier oben klicken, da habe ich ein anderes Video zugemacht, da verbinden wir die ersten beiden Hochs miteinander. Das heißt also, diese Linie wird verbunden und dann wird diese Linie einfach nur fortgeführt. Und auch hier sehen wir wieder was sehr Interessantes, dass durch diese beiden Linien, diese Linie sehen wir schon direkt, der Kurs geht runter, kommt rauf und prallt hier wieder punktenau ab und geht erstmal wieder runter. Und auch dann kommt wieder hoch, prallt hier wieder ab, da wieder ab. Ja, und erst hier geht er dann letzten Endes durch diesen Kurs durch. Interessant sogar dann, er geht durch, kommt wieder runter und prallt dann sogar von oben wieder von dieser Linie ab. Also auch da bei Trendlinien, die nicht so einfach einzuzeichnen sind wie Horizontallinien, das kann ich ja auch direkt sagen, aber auch das halt sehr interessant. Andersrum auch, nicht nur im Abwärtstrend, sondern auch im Aufwärtstrend können wir sowas einzeichnen. Da müssen wir natürlich abwarten, dieses Tief, dann müssen wir dieses Tief abwarten hier, diese Linie verbinden wir, ziehen die Linie nach oben und dann können wir eine Parallelverschiebung machen, einen sogenannten Trendkanal. Das heißt, ich verschiebe diese Linie parallel hier oben drüber auf diesen Hochpunkt und auch wiederum interessant, der Kurs läuft und ich sehe auf einmal hier oben prallt der Kurs genau an dieser Linie wieder ab. Das wird nicht immer funktionieren, das ist auch ganz klar. Ja, wir handeln immer nur mit Wahrscheinlichkeiten, aber es ist natürlich interessant, dass wir mir dadurch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen auf unsere Seite holen können und damit ein bisschen erahnen können, wie so ein Kurs laufen könnte. Als weitere populäre Vorgehensweise zeige ich dir mal ein Fibonacci Retracement. Ja, das nutze ich persönlich auch relativ viel im Traden. Da ist es so, dass wir eine Strecke abmessen und wenn diese Strecke da war, zeichnen wir hier oben den Anfang ein, hier unten das Ende. Ja, bei einem Aufwärtstrend würde man es genau andersrum machen und dann haben wir automatisiert diese Zwischenlinien drin, die sind in jeder Handelsplattform drin, jetzt hier beispielsweise in TradingView und auch dann siehst du, dass durch das Abmessen hier wir dann entsprechende Widerstandszonen bekommen und da siehst du auch, dass halt hier so ein Kurs entsprechend hier abprallt beziehungsweise auch dann hier sehr schön abprallt an der 23,6. Ja, das ist etwas, dann solche Rücksetzer handeln wir dann auch mit echtem Geld. Ja, einfach, dass du da so einen kleinen Einblick hast, wie die Technoanalyse angewendet wird und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Jetzt möchte ich dir zeigen, warum funktioniert das? Ja, viele sagen oder tun das so als Kaffeesatzleserei ab, ist es meines Erachtens nicht und mein erster Professor, den ich hatte in der Uni, der also schwärmte von Technoanalyse, der sagte Folgendes, alles steckt im Preis und das ist ja auch das, wenn man Wirtschaft studiert, dass der Preis eigentlich das zentrale Mechanismus ist, warum sich Leute wie entscheiden. Wenn irgendwas teuer ist, kaufe ich davon weniger, wenn irgendwas günstig ist, kaufe ich davon mehr. und das ist natürlich das, daran sollte ich glauben beziehungsweise da sollte ich der Meinung sein, dass das tatsächlich so ist und wenn ich der Meinung bin, dann kommen wir dieser Technoanalyse doch deutlich näher, weil wir dann sagen können, okay, wenn der Kurs steigt, dann wird irgendeine positive Nachricht da gewesen sein, ansonsten würden Leute diese Aktie zum Beispiel gar nicht kaufen. Ich möchte dir aber jetzt mal zeigen, hier haben wir es wieder, warum prallt denn der Kurs hier unten immer wieder ab, also mit diesen waagerechten Linien, was wir uns angeschaut haben und warum zum Beispiel hier oben und da fangen wir mal an. Am einfachsten ist immer, wenn wir uns einen typischen Anleger vorstellen, der sieht, dass eine Aktie, meinetwegen kommt von hier unten und er sieht, die kauft. Typisch ist es, dass man wartet, man will ja sicher sein, dass der Trend tatsächlich nach oben geht. Das heißt, wir warten, wir warten, wir warten und hier oben, hier kauft jemand, hier ist der Kauf. Und was passiert dann? Der Kurs dreht wieder und man fällt runter. Was macht der typische Anleger? Der typische Anleger steigt nicht aus, sondern nach dem Prinzip Hoffnung, wir sagen dazu, Hoffnung ist aufgeschobene Enttäuschung, aber nach dem Prinzip Hoffnung bleibt man drin. Der Kurs fällt und fällt und fällt, irgendwann dreht der Kurs und der Kurs kommt wieder hier oben hin. Das heißt also, der Einstandskurs von unserem Teilnehmer ist hier. Was ist dein innigster Wunsch, wenn du siehst, dass eine Verlustposition, die du lange mit dir rumgeschleppt hast, wenn die wieder hier hoch geht, auf Einstieg? Dann wirst du sagen, puh, endlich bin ich wieder plus minus null und jetzt steigt der Kurs ein kleines bisschen weiter und auf einmal dreht er wieder. Was wirst du psychologisch sagen? Nein, das passiert mir nicht noch einmal, dass ich hier wieder ins Minus gehe. Und dementsprechend, sobald der Kurs hier wieder ein bisschen fällt, werden hier Leute rausgehen. Das macht natürlich nicht nur du oder nicht nur ich, sondern das machen halt relativ viele Leute, die da eingestiegen sind. Und das ist der Grund, weswegen es dann diese Punkte gibt, gerade bei diesen Wendepunkten, weswegen die dann auch wiederholt da sind, dass Leute dann halt aussteigen. Beziehungsweise es gibt mutige Leute, die sagen dann hier auch, ach, ich steige nicht aus, jetzt muss er ja endlich mal steigen. Und dann fällt der Kurs wieder und man denkt, oh, wäre ich besser ausgestiegen? Und in dem Moment, wenn der Kurs wieder hochkommt, wir sind endlich wieder über Einstieg und der Kurs in dem Moment, wo der Kurs wieder ein bisschen fällt, dann sagen doch mehr Leute, sogar richtig viele Leute, nee, also jetzt nochmal wieder ins Minus, auf gar keinen Fall. Und in dem Moment verkaufen sehr viele Leute und das führt dazu, dass so ein Kurs entsprechend fallen kann. Ja, also das ist der grundlegende Mechanismus, warum sowas überhaupt funktioniert, dass es immer gewisse Ankerpunkte gibt, gewisse Einstiegspunkte gibt, wo viele Leute einsteigen, wo viele Leute aussteigen und die dann einfach auf dieser psychologischen Ebene damit führen, dass man halt Verluste nicht realisieren will oder aber auch, dass man nicht mehr wieder ins Minus gehen möchte. Ja, Trendlinien dergleichen, das ist ein bisschen komplizierter, aber einfach, dass du von der Grundlogik her verstehst, warum ist das überhaupt so und hier unten bei den Punkten ist es zum Beispiel so, wenn du Short-Seller hast, das heißt also Leute, die es genau andersrum machen, die hier unten meinetwegen sagen, ich verkaufe, die sind natürlich, wenn es hier hoch geht ins Minus, die kommen erst wieder in den Gewinn, wenn der Kurs hier runter geht und auch dann sagen die, oh, ich stelle glatt und beim Short-Seller ist es so, wenn der glatt stellt, muss der kaufen und dann geht der Kurs entsprechend wieder hoch. Ja, also das mal ganz simpel erklärt, warum die Technoanalyse funktionieren kann, jetzt weißt du, dass es ganz normale psychologische, emotionale Mechanismen sind, warum das funktionieren kann.